Happy New Year! Ich wünsche dir ein wunderbares Jahr 2024 und in dieser allerersten Podcast-Folge in diesem neuen Jahr möchte ich dich zum Nachdenken anregen, dass du dir einmal Gedanken darüber machst, wie möchtest du dir und anderen Menschen begegnen. Denn wir kommunizieren den ganzen Tag mit anderen und mit uns selbst. Wir führen ständig Selbstgespräche, wir haben Gedanken, die in unserem Kopf sind und wir begegnen anderen Menschen. Das heißt, Kommunikation findet immer statt. Und deshalb lade ich dich heute dazu ein, dir einmal diese Frage zu stellen, wie möchte ich denn mir und anderen Menschen begegnen? Du bist beim Podcast Das Wie beim Sprechen und ich bin Sabrina Adams. Als allererstes darfst du dir die Frage stellen, mit welcher inneren Haltung möchte ich mir oder anderen Menschen begegnen? Als Beispiel, Wertschätzung ist eine innere Haltung. Wertschätzung ist auch mein wichtigster Wert oder einer meiner wichtigsten Werte. Und Wertschätzung zeigt sich darin, dass du dich selbst oder andere Menschen als Person schätzt. Das heißt nicht, dass du jedes Verhalten, alles, was du selber über dich denkst oder was du selber machst oder was andere sagen oder tun, dass du das toll findest und sagst, ich schätze alles, was die Person sagt und macht. Wertschätzung bezieht sich immer auf den Kern eines Menschen. Wenn du mein Avocado-Modell kennst, dann weißt du, dass wir alle einen Wesenskern haben, einen Persönlichkeitskern. Das ist bei einer Avocado der Avocado-Kern. Und dieser eigene Wesenskern, dein Kern, der ist unantastbar. Der hat per se einen Wert. Weil du Mensch bist, weil du wertvoll bist, genauso wie du bist. Und wenn du das für dich verinnerlichst, diese Wertschätzung, dass du wirklich klar vor Augen hast, dass es eine Überzeugung ist. Ich bin wertvoll in meinem Kern. Und jeder andere Mensch, dem ich begegne auch, jeder hat diesen gleichen Wert. Dann begegnest du dir selbst und anderen Menschen auf Augenhöhe. Und dann würdest du auch gewisse Dinge anders kommunizieren. Als Beispiel, vielleicht kennst du das auch, dass du sagst, oh Mann, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich das schon wieder vergessen habe. Ich trottel. Das ist nicht wertschätzend. Wenn du wertschätzend mit dir sprechen möchtest, könntest du sagen, ach, ich habe das vergessen. Ach, wie ärgerlich, dass ich das vergessen habe. Das ist doch so wichtig. Hm, was könnte ich denn tun, dass ich das das nächste Mal nicht vergesse? Oder was auch immer. Also es geht darum, dass du dich nicht dafür verurteilst, dass du es vergessen hast. Du kannst verärgert darüber sein und sagen, ach, wie blöd, dass ich das vergessen habe. Das ist jetzt richtig, richtig blöd. Aber dass du sagst, ich bin blöd, wie blöd ich doch bin. Ach, Mensch, ich trottel. Das ist nicht wertschätzend. Das sind Dinge, die wir automatisch in uns drin haben, dass wir ganz oft so mit uns sprechen. So, oh, du Trottel, du Depp, du keine Ahnung, Schussel oder was auch immer. Weil wir das immer wieder gehört haben, das ist so in unserem System. Doch das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Und du wirst merken, wenn du jetzt sagst, ich möchte mir wertschätzend begegnen und da auf deine Worte achtest, auf deine inneren Worte, auf deine Gedanken schlussendlich, dass sich dein Gefühl dazu verändern wird. Und es macht einen Unterschied, ob du sagst oder denkst, oh, ich trottel oder ich Idiot oder ob du sagst, ach, wie blöd, dass ich das vergessen habe. Und genauso, wie möchtest du eben anderen Menschen begegnen, dass du mit dieser, bleiben wir jetzt mal bei der Wertschätzung, mit dieser Wertschätzung auch anderen Menschen begegnest. Also auch da dann zum einen diese Überzeugung hast, egal was du gerade zu mir sagst, egal wie du dich gerade mir gegenüber verhältst, du bist erst mal wertvoll in deinem Kern. Und dass du dann auch da wieder bewusst bist in deiner Kommunikation zum Beispiel, dass du dann nicht sagst, du bist blöd oder du bist keine Ahnung was. Was gibt es noch? Du bist blöd, du bist unfähig, du bist inkompetent. Sondern dass du das Verhalten benennst und sagst, es hat mich gestört, dass du das und das vergessen hast. Wie kannst du das nächste Mal dran denken zum Beispiel, aber nicht, dass du dann sagst, ach, du vergisst ja immer was und du bist so, so, keine Ahnung, unkonzentriert und also, dass du in diesem Du bist, Du bist, das sagen wir ja ganz, ganz oft. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel mal weg von der Wertschätzung. Aufmerksamkeit. Achtsamkeit. Weil ich mich interessiere. Also ich habe diese innere Haltung, ich interessiere mich für mich selbst und ich interessiere mich für andere Menschen. Wenn ich diese innere Haltung habe, es interessiert mich, wie es mir gerade geht, es interessiert mich, was ich gerade brauche, dann achte ich mir auf mich und dann rede ich auch innen drin wieder anders mit mir selber. Dann sage ich zum Beispiel nicht, ach, wieso schaffst du das nicht, alle anderen kriegen es doch auch hin. Wieso bist du jetzt schon wieder müde, wieso, keine Ahnung, hast du nur fünf von zehn Aufgaben erledigt als Beispiel. Dann stellst du vielleicht fest, dass du gerade eine Pause brauchst, dass du gerade erschöpft bist, dass du sehr, sehr viel gearbeitet hast und sagst zu dir innen drin, ich merke gerade, ich bin ganz schön erschöpft. Ich habe so das Bedürfnis, mich auszuruhen, eine Pause zu machen. Es ärgert mich, dass ich das nicht schaffe, doch das ist okay, weil ich gerade eine Pause brauche. Nehmen wir den Kontakt mit anderen Menschen, wenn du dich für andere interessierst, wenn es dich wirklich interessiert. Was möchtet ihr dein Gegenüber mitteilen? Wie geht es ihm oder ihr? Was ist das Anliegen? Dann machst du was? Du hörst zu. Da habe ich schon so oft drüber gesprochen, weil das eine Qualität ist, die in unserer Gesellschaft, ja, ich will nicht sagen verloren geht, aber unsere Kommunikation besteht zum größten Teil daraus, dass wir reden. Wir reden und dann redet der andere und dann reden wir wieder und dann redet der andere wieder. Also wir führen Monologe. Das ist kein Gespräch mehr, kein wertvolles Gespräch mehr, weil wir verlernen, zuzuhören. Wenn du jetzt diese innere Haltung hast und sagst, ich möchte anderen Menschen mit Interesse begegnen, dann hörst du automatisch zu. Denn wenn du dich für dein Gegenüber interessierst, dann musst du zuhören, wenn du wissen willst, wenn du das Interesse hast, wie hat er Weihnachten erlebt? Wie ging es ihr damit? Was sind die Ziele fürs neue Jahr? Was bewegt ihn gerade? Warum geht es ihr so schlecht? Dann hörst du zu. Denn du kannst all das ja nur erfahren, wenn du zuhörst. Und mit zuhören meine ich nicht, du bist, jetzt habe ich gerade geguckt, ob die Aufnahme noch läuft. Mit zuhören meine ich nicht, dass du physisch anwesend bist und schweigst, sondern dass du wirklich aufmerksam zuhörst, dass du hinhörst. Was möchte er mir nicht, was möchte er mir sagen, wie geht es ihr nicht, okay, er hat jetzt gerade was gesagt und da fällt mir wieder ein Gedanke zu ein und dann erzähle ich wieder von mir. Also, dass du das Gesagte, dass du das Gesagte nutzt, um selber wieder anknüpfen zu können, um selber wieder ins Sprechen zu kommen, sondern dass du wirklich hinhörst, interessiert bist, nachfragst. Das ist nämlich das, was dann automatisch passiert. Und du fragst automatisch nach, weil du willst es ja wissen. Was gibt es noch als innere Haltung? Du kannst anderen Menschen, jetzt habe ich, nee, das war ja, es gibt ja die drei Haltungen von Carl Rogers für gute Gespräche. Da war die Wertschätzung dabei, Interesse ist was anderes. Mir fällt jetzt noch ein, die Empathie, dass du dir, wir fangen wieder bei dir an, und anderen empathisch, also einfühlsam begegnest. Auch da wieder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin ein sehr empathischer Mensch, anderen Menschen gegenüber. Nur mir selber gegenüber habe ich diese Feinfühligkeit oft gar nicht, oder dieses Einfühlungsvermögen. Das heißt, auch da, schau mal wieder hin, wenn du sagst, ich möchte mir und anderen Menschen empathisch begegnen. Wie feinfühlig bist du in der Kommunikation mit dir selbst und in der Kommunikation mit anderen? Empathie zeigt sich in Gesprächen vor allem darin, dass du Verständnis entgegenbringst. Und das heißt nicht, dass du sagst, ja, ich verstehe dich, also die Aussage, ich verstehe dich, die bedeutet nicht gleich, dass du Verständnis entgegenbringst. Verständnis entgegenbringen heißt, ich verstehe, was du mir gerade mitteilst. Ich habe wahrgenommen, wie es dir gerade geht, was du mir gerade erzählt hast, wie du dieses oder jenes erlebt hast. Und zwar aus deiner Perspektive, nicht aus meiner, wie ich mich fühlen würde, wenn ich so eine Situation erleben würde, sondern ich höre raus nach dem, was du mir erzählst und wie ich dich erlebe, auch von deiner Körpersprache, von deinem ganzen Ausdruck, dass es dir so geht oder ging mit der Situation, dass du dich so fühlst, dass du das gerade brauchst. Und wenn ich das mit mir selber mache, also dass ich mir selber Verständnis entgegenbringe, dass ich auch da mal hinhöre, was sind meine Gedanken, was brauche ich, wie geht es mir gerade und da nicht drüber latsche. Also Verständnis dafür zu haben, dass ich mich zum Beispiel gerade über etwas ärgere oder dass ich gerade traurig bin. Das ist auch sowas, wo uns oft die Empathie fehlt, weil unangenehme Emotionen so unerwünscht sind in der Gesellschaft und dass wir uns gar nicht erlauben, den Raum zu nehmen für unangenehme Emotionen, wie zum Beispiel Traurigkeit. Wenn ich über etwas traurig bin, dann darf ich traurig sein, ich darf diese Traurigkeit erleben. Die darf da sein, die muss nicht wegradiert werden. Und wenn ich diese Traurigkeit erlebe, sie einmal durch mich durchfließt, dann komme ich auch wieder in eine andere Emotion rein. Das ist so das Erste. Also mit welcher inneren Haltung möchtest du dir selbst und anderen Menschen begegnen? Du kannst da einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand nehmen und das aufschreiben. Oder du machst dir eine Notiz ins Handy oder du speicherst es im Kopf. Meistens ist es so, wenn wir es nur mit dem Kopf machen, dass wir es vergessen. Überleg dir bewusst, welche innere Haltung oder welche inneren Haltungen sind dir wichtig in Gesprächen mit dir selbst und mit anderen Menschen. Der zweite Punkt ist, wie möchtest du dich zeigen, wie möchtest du dich ausdrücken? Formulier auch das mal. Was willst du von dir zeigen? Wie willst du dich zeigen? Willst du dich echt zeigen? Stimmig zeigen? Willst du dich begeistert zeigen? Willst du dich nachdenklich zeigen? Und das ist natürlich in jedem Moment auch anders. Es heißt ja nicht, dass du dich immer so zeigst. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist die Authentizität, also die Echtheit. Das ist etwas, das kannst du in jedem Moment umsetzen. Du kannst dich immer echt und authentisch zeigen. Sprich, als die Person, die du bist. Also, ich zeige mich immer als Sabrina. Ob ich jetzt hier dieses Video spreche oder es ist ein Video-Podcast, diesen Podcast hier spreche. Ob ich meinen Kindern als Mama begegne. Ob ich meinem Mann begegne als Partnerin. Ob ich Freunden begegne, ist egal. Ich zeige mich immer als Sabrina. Ich möchte immer, dass die anderen Menschen mich erleben als die Person, die ich bin. Und nicht, ah, das ist jetzt eine Mama, das ist jetzt ein Coach oder wer auch immer. Sondern, nein, das ist die Sabrina. Und dann, also du kannst einmal das allgemein formulieren. Wie will ich mich zeigen? Ich will mich offen zeigen. Ich will mich echt zeigen. Ich will mich nahbar zeigen. Und dann kannst du nochmal feiner gucken. Wie möchte ich mich jetzt gerade in diesem Moment zeigen? Möchte ich gerade eine Begeisterung ausdrücken? Möchte ich gerade eine Ernsthaftigkeit ausdrücken? Möchte ich gerade eine Unsicherheit ausdrücken? Will ich eine Kompetenz ausdrücken? Was möchte ich gerade zum Ausdruck bringen? Wie will ich mich zeigen in einem bestimmten Moment? Das hat was damit zu tun, wie dich andere wahrnehmen. Wenn dir klar ist, wie du dich zeigen möchtest, was du gerade ausdrücken willst, dann hast du es zu einem großen Teil in der Hand, wie du wahrgenommen wirst, wie dich andere sehen. Nur zu einem Teil, denn wie du schlussendlich wirklich von dem anderen gesehen wirst, das hängt auch noch mit der anderen Person zusammen. Es kann nämlich sein, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise zeigst. Und 100 Leute sehen dich und jeder wird dich ein bisschen anders wahrnehmen oder wird etwas anderes in dir sehen, weil das immer auch etwas mit uns selber zu tun hat. Also wenn wir andere wahrnehmen, hat das immer was mit uns selber zu tun. Was nehmen wir jetzt gerade von dieser anderen Person wahr? Doch diesen Teil, den du in der Hand hast, den kannst du gestalten. Und das würde ich auch tun. Das würde ich nutzen. Das würde ich wirklich bewusst entscheiden. Ja, entscheiden ist es erstmal. Es ist eine Entscheidung, dass du sagst, ich möchte mich so zeigen, denn ich will so wahrgenommen werden. Und jetzt kommt der nächste Aspekt. Also der erste war, mit welcher inneren Haltung möchte ich mir und anderen begegnen? Der zweite war, was will ich ausdrücken? Wie will ich mich zeigen? Das ist ja auch die Wirkung, die ich dann habe in dem Moment. Der nächste Aspekt ist, was will ich denn überhaupt sagen? Was will ich überhaupt ausdrücken? Das ist der Inhalt, der dann wieder eingefärbt wird mit unserer Stimme und unserer Körpersprache. Also, was genau will ich gerade zum Ausdruck bringen? Denn wenn ich mir im Klaren darüber bin, was ich zum Ausdruck bringen möchte, dann habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass das auch genau so rüberkommt. Wir haben ja den Wunsch, dass wir verstanden werden. Wir haben den Wunsch, dass wir so rüberkommen, wie wir rüberkommen wollen. Wir haben den Wunsch, dass eben auch das, unsere Botschaft, unsere Gedanken, so rüberkommen, wie wir das wollen. Denn wenn wir kommunizieren, gibt es ja immer einen Grund, warum wir das tun. Warum sprichst du einen Podcast, warum präsentierst du etwas, warum stellst du dich auf eine Bühne, warum führst du gerade dieses Gespräch mit dieser Person? Es gibt einen Grund. Und deshalb darfst du dir immer wieder diese Frage stellen, was will ich gerade ausdrücken? Warum führe ich das Gespräch? Warum sitze ich vor der Kamera? Warum stehe ich da gerade vor diesen Menschen und spreche? Und wenn dir das klar ist, dann kannst du das auf allen Ebenen der Kommunikation möglichst stimmig rüberbringen mit deinen Worten, mit deiner Stimme und mit deiner Körpersprache. Denn wenn du da eine Stimmigkeit hast, also dass deine Worte, deine Stimme und deine Körpersprache zusammenpassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das auch genau so rüberkommt. Und der letzte Aspekt ist, und das ist für mich eine, ich überlege gerade, ob es für mich der wichtigste ist oder einer der wichtigsten. Ich glaube, für mich ist es sogar der wichtigste Aspekt. Nämlich, wie möchtest du dich selber fühlen beim Sprechen? Und wie möchtest du, dass sich dein Gegenüber fühlt? Diese Frage darfst du dir einmal stellen. Wie willst du dich fühlen beim Sprechen? Ganz oft nehmen wir das wahr, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir Angst haben, wenn wir uns Gedanken machen, wenn wir denken, oh je, ich finde nicht die richtigen Worte, was ist, wenn ich den Faden verliere, was ist, wenn ich rot werde, was ist, wenn der andere denkt, ich wäre inkompetent, was ist, wenn der andere denkt, ich weiß nicht, was ich sagen will, was ist, wenn der andere denkt, Gott, was hatten die jetzt gerade gesagt? Was ist, wenn der mich dann auch noch blöd findet? Dann fällt uns auf einmal auf, okay, wir fühlen uns nicht so, wie wir uns fühlen wollen. Es ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Stell dir doch mal die Frage, wie willst du dich fühlen? Was für ein Gefühl möchtest du haben in der Kommunikation, wenn du mit jemandem sprichst, wenn du vor Menschen sprichst, wenn du vor der Kamera sprichst, wenn du mit dir selber sprichst, wie willst du dich fühlen? Ganz häufig wird mir gesagt, ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte mich sicher fühlen. Ich will mich kompetent fühlen. Ich will mich frei fühlen. Das ist es ja schlussendlich. Es ist ein Freiheitsgefühl, wenn ich nicht mehr Angst vor etwas haben muss. Wenn ich mit einer Leichtigkeit, ja, das ist auch ein Gefühl, Leichtigkeit, ich will mich leicht fühlen. Ich will mich entspannt fühlen. Und wenn ich mich entspannt fühle, wenn ich mich leicht fühle, wenn ich mich wohl fühle beim Sprechen, dann habe ich eben diese Freiheit, weil ich die Dinge tue, die ich tun will. Weil ich etwas sage, wenn ich etwas sagen will. Weil ich schweige, wenn ich schweigen will. Weil ich eine Frage stelle, wenn ich eine Frage stellen möchte. Weil ich unterbreche, wenn ich unterbrechen will. Weil ich einen Einwand bringe, wenn ich einen Einwand bringen möchte. Wenn ich Sorgen habe, Ängste habe, Befürchtungen und denke, die nehme ich eh nicht ernst. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss mir erst die Worte im Kopf zurechtlegen, bevor ich etwas sage. Und ach Mist, jetzt habe ich den Moment verpasst. Jetzt geht es auch nicht mehr an der Stelle. Wenn ich diese Gedanken habe, dann bin ich nicht frei in meiner Entscheidung. Dann kann ich nicht frei sein im Sinne von, ich sage jetzt was, weil ich jetzt was sagen will. Ich höre jetzt zu, weil ich jetzt zuhören möchte. Ich finde es angemessen, jetzt erst mal zu warten. Oder ich finde es angemessen, eine Frage zu stellen und nicht einfach zu sagen, hey, was hältst du davon, das und das zu machen? Also ungefragt einen Ratschlag zu geben. Das Gefühl, das bestimmt doch das, ich wollte jetzt sagen, wie es dir schlussendlich geht. Das bestimmt doch die Qualität deines Lebens. Denn wenn du dich entspannt fühlst, wenn du dich sicher fühlst, wenn du Vertrauen in dir spürst, wenn du Freude hast, dann hast du eine ganz andere Qualität in deinem Leben, wie wenn du ständig in so einer Unsicherheit, in Zweifeln, in Sorgen, in Ängsten bist. Und das bedeutet nicht, dass diese anderen Gefühle verbannt werden sollten. Denn Leben heißt, es gibt alles. Es gibt die ganze Palette von Freude über Traurigkeit, über Wut, über Sicherheit, über Unsicherheit. All das darf sein. Doch wenn du dir in der Kommunikation beim Sprechen ständig Sorgen machst, Ängste hast, Glaubenssätze hast, ich kann das nicht, meine Stimme ist nicht schön, ich kann generell nicht gut sprechen, andere hören mich nicht, ich werde sowieso nicht wahrgenommen, ich kann mich einfach nicht zu Wort melden, ich bin keine gute Rednerin oder was auch immer. Dann machst du dir das Leben unnötig schwer, dann kreierst du ein Gefühl an einer Stelle, an der du es nicht kreieren müsstest. Du kreierst eine Unsicherheit, obwohl du sie an dieser Stelle nicht haben müsstest. Du kreierst eine Panik, ein Angstgefühl an einer Stelle, wo du es nicht haben müsstest. Und meistens basierend auf irgendwelchen Glaubenssätzen, die mal in unserer Kindheit entstanden sind. Das heißt, eine jetzige Situation, wir sitzen vor der Kamera, wir sprechen vor Menschen, die löst in uns so ein Panikgefühl aus, wie wenn wir gleich aufgefressen werden würden von irgendeinem Tier, obwohl dieser Moment gar nicht so dramatisch ist. Aber wir haben einen Glaubenssatz in uns drin, der irgendwann mal entstanden ist. Und deshalb erleben wir diese Situation als so panisch. Das heißt, das Gefühl ist für mich der wichtigste Aspekt beim Sprechen. Denn wenn du dich gut fühlst, wenn du dich sicher fühlst, wenn du Freude hast an dem, was du machst, dann hast du doch eine ganz andere Qualität. Ob du da jetzt ein M eingebaut hast, ob du dich da jetzt versprochen hast, ob da jetzt eine Gedankenpause zu viel drin war. So what? Ist doch egal. Wenn ich dir die Frage stelle, okay, was willst du? Willst du perfekt sprechen und dich dabei die ganze Zeit schlecht fühlen und angespannt sein? Oder willst du dich gut fühlen beim Sprechen, Freude haben beim Sprechen, eine Leichtigkeit empfinden und in Kauf nehmen, dass da Gedankenpausen sind, die du eigentlich nicht machen möchtest oder dass da Amps dabei sind, die da eigentlich nicht sein sollten? Was ist das, was für dich wichtiger ist? Ich behaupte, es ist immer das Gefühl. Nur wir denken ganz häufig, wenn wir perfekt sprechen, wenn wir keine Amps mehr machen, wenn wir dieses und jenes nicht mehr machen und das was anderes stattdessen machen, dann haben wir ein bestimmtes Gefühl. Doch ist das wirklich so? Es kann sein, es muss aber nicht sein. Ja, alles hängt zusammen. Das Innere hängt beim Äußeren zusammen. Das heißt, wenn du im Außen souveräner auftrittst, selbstsicherer auftrittst, dann verändert sich dein Gefühl ganz klar. Wenn du im Inneren dein Gefühl veränderst, verändert sich auch dein Auftreten. Also es ist ein wechselseitiges Ding. Und deshalb lege ich dir ins Herz, dir einmal Gedanken darüber zu machen, wie willst du dich beim Sprechen fühlen und dir dann die Frage zu stellen, okay, und wie schaffe ich es, dieses Gefühl zu bekommen, da einzutauchen? Und angeknüpft an diese Frage, denn ich habe ja gesagt, wie möchtest du dir selber begegnen und anderen begegnen, darfst du dir auch die Frage stellen, wie möchte ich denn, dass sich mein Gegenüber fühlt? Denn wenn du dir Gedanken darüber machst, wie sich dein Gegenüber fühlen soll, im Kontakt mit dir selber, dann richtest du deine Kommunikation auch ganz anders aus. Und wenn du zum Beispiel bei einem Vortrag möchtest, dass die Leute sich gut fühlen, dass sie eine Begeisterung erleben, dass sie eine Freude spüren, ja, dann sorgst du dafür, dass du in der Begeisterung bist, in der Freude und nimmst dein Publikum oder die anderen eben mit. Wenn du möchtest, dass sich dein Gegenüber schlecht fühlt, so richtig schlecht fühlen, weil du sagen möchtest, hey, und du hast das falsch gemacht und das stört mich und das möchte ich so nicht und ändere das und du willst, dass sich dein Gegenüber schlecht fühlt, ja, dann wirst du was anderes machen. Du wirst andere Dinge sagen, du wirst deine Stimme ganz anders benutzen, deine Körpersprache ganz anders einsetzen. Was ganz häufig passiert ist, dass wir uns nicht im Klaren darüber sind, wie sich unser Gegenüber fühlen soll und dass wir dann etwas tun und dann wundern wir uns, hey, warum fühlst du dich jetzt so? Weil wir vergessen, dass wir einen Anteil an dieser Kommunikation haben. Wenn du also weißt, wie sich dein Gegenüber fühlen soll, dann bist du viel bewusster wieder in deiner Kommunikation. Und dann wirst du feststellen, wenn dein Gegenüber auf einmal sich schlecht fühlt im Kontakt mit dir, dass du merkst, oh, irgendwas passt da gerade nicht. Ich möchte, dass sich mein Gegenüber gut fühlt. Ich möchte, dass sich mein Gegenüber gesehen fühlt beispielsweise. Und du stellst fest, die Person fühlt sich aber nicht gesehen oder die Person fühlt sich unwohl. dann änderst du was in deinem Kommunikationsverhalten. Weil du dann merkst, irgendwas passt da nicht. Und dieses gesehen fühlen, da möchte ich noch einmal drauf eingehen. Wenn du nämlich möchtest, dass sich dein Gegenüber gesehen fühlt und du merkst, die Person sagt immer wieder, ah, ich glaube, du verstehst mich einfach nicht. Nein, es ist nicht so, wie du es gesagt hast. Es ist ganz anders und das brauche ich auch gar nicht. Oder in eine Rechtfertigung die ganze Zeit reinkommt. Dann ist es ein Hinweis dafür, dass sich die Person gerade nicht von dir gesehen fühlt. Und auch dann kannst du wieder etwas verändern in deiner Kommunikation. Eine lange Podcast-Folge. Ich fasse noch mal zusammen. Du kannst jetzt den Beginn des neuen Jahres zum Anlass nehmen, dir einmal Gedanken darüber zu machen. Wie möchtest du dir selber und anderen Menschen begegnen? Indem du dir die Frage stellst, mit welcher inneren Haltung möchte ich mir und anderen begegnen? Wie möchte ich mich ausdrücken? Wie will ich mich zeigen? Wie will ich auf andere wirken? Wie will ich von denen wahrgenommen und gesehen werden? Dann, was möchte ich ausdrücken? Warum spreche ich gerade und was will ich zum Ausdruck bringen? Und die letzte Frage, wie will ich mich fühlen? Und wie möchte ich, dass sich mein Gegenüber fühlt? Du darfst sehr gerne, wie immer, deine Gedanken mit mir teilen. Du darfst die Podcast-Folge auch mit anderen Menschen teilen, wenn du sagst, ach, die möchte ich gerne an den oder den weiterschicken. Die Person würde sich auch darüber freuen. Und wenn du gerne von mir begleitet werden möchtest, dann buch dir ein Klarheitsgespräch, ein 30-minütiges Klarheitsgespräch für 0 Euro. Du findest den Link unten in den Shownotes. Und dann helfe ich dir dabei, für eine innere Klarheit zu sorgen, damit du das im Außen auch erschaffen kannst, was du erschaffen möchtest. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Deine Sabrina DJ Would Jay Forces June ө opp